Evangelisch reformierte Kirche in Nordwestdeutschland war seit 1949 die Bezeichnung der 1882 als evangelisch reformierte Kirche der Provinz Hannover. Gegründeten reformierten Landeskirche mit Sitz in Aurich. Seit den 1950er Jahren in Leer, seit 1922 führte sie den Namen evangelisch reformierte Landeskirche der Provinz Hannover. 1989 vereinigte sie sich mit der evangelisch reformierten Kirche in Bayern zur evangelisch reformierte Kirche. Heute trägt die Landeskirche den Titel Evangelisch reformierte Kirche. Gemeinsam mit anderen Landeskirchen in Niedersachsen gehörte die Kirche zu den Trägern des Dorfhelferinnenwerks Niedersachsen e.V. Geschichte Die meisten reformierten Kirchengemeinden gehörten im 19. Jahrhundert zum Königreich Hannover, das 1866 eine preußische Provinz wurde. Im Einzelnen gehörten die reformierten Gemeinden der Provinz Hannover vormals zu folgenden früheren Herrschaftsgebieten, Fürstentum Ostfriesland, Grafschaft Beentheim, Niedergrafschaft Lingern und Stadt Papenburg, Erzogtum Bremen, Grafschaft Plesse, für all diese Gemeinden der Provinz Hannover wurde 1882 eine gemeinsame Synodalordnung erlassen und durch Verfügung des Königs von Preußen in Aurich. Eine Kirchenbehörde mit kollegialer Verfassung. Das Konsistorium, gebildet, damit war die evangelisch reformierte Kirche der Provinz Hannover entstanden. Das Konsistorium in Aurich war jedoch zugleich auch Provinzial-Konsistorium für die Kirchengemeinden der Lutherischen Landeskirche im Nordwesten der Provinz Hannover. In den bis 1850 erworbenen preußischen Provinzen gehörten seit 1817 lutherische, reformierte und die neu entstandenen unierten Kirchengemeinden zu einer Landeskirche. Dies ließ sich innerhalb der Provinz Hannover jedoch nicht realisieren. In die evangelisch reformierte Kirche der Provinz Hannover wurden zunächst die reformierten Gemeinden in Hannover an München, Göttingen, Zelle und Bückeburg-Stadt-Hagen nicht aufgenommen. Diese bildeten seit dem 18. Jahrhundert die Niedersächsische Konföderation, eine besondere Vereinigung reformierter Gemeinden, die vor allem aus der hugenottischen Tradition stammen, wozu sich auch die Reformierten in Altona und Braunschweig hielten. Die meisten dieser Gemeinden traten aber später doch noch der evangelisch reformierten Kirche bei. Andere bildeten hingegen ab 1928 gemeinsam mit der evangelisch reformierten Gemeinde Göttingen und der evangelisch reformierten Kirche in Bayern den Bund evangelisch reformierter Kirchen Deutschlands. Bereits seit 1866 gab es innerhalb der Provinz Hannover ein Landeskonsistorium in Hannover. Die fünf zuvor schon bestehenden Provinzialkonsistorien wurden jedoch zunächst noch weitergeführt. Bis 1904 wurden alle außer jenem in Aurich aufgehoben. Dies lag an der Besonderheit der seit 1766 allmählich entwickelten Parität dieser Verwaltungsbehörde in Aurich. Oberhaupt der hannoverschen Provinzialkirchen, also sowohl der lutherischen als auch der reformierten Kirche, war der König von Preußen als Somus Episkopus die geistliche Leitung der reformierten Kirche oblag dem Superintendenten in Aurich. Nach Gründung der evangelisch reformierten Kirche der Provinz Hannover 1882 wurden weitere Gemeinden aufgenommen. Und zwar 1886 die unierte Kirchengemeinde Freren-Emsland und 1901 die evangelisch reformierte Gemeinde Hannovers. Ferner entstanden in jenen Jahren auch neue reformierte Gemeinden UA in Hameln und Hildesheim. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden beide Landeskirchen der Provinz Hannover selbstständig, indem sie 1922 eigene Verfassungen erhielten. Seit 1922 war die Landeskirche Mitglied im Deutschen Evangelischen Kirchenbund. Das paritätisch besetzte Konsistorium in Aurich wurde in ein reformiertes Konsistorium umgewandelt und das Landeskonsistorium in Hannover wurde nunmehr für alle lutherischen Gemeinden innerhalb der Provinz Hannover zuständig. Die Verfassung der evangelisch reformierten Kirche trat jedoch erst 1925 endgültig in Kraft. Die von Aurich aus verwaltete Kirche nannte sich nunmehr evangelisch reformierte Landeskirche der Provinz Hannover. Das Konsistorium in Aurich wurde zum Landeskirchenrat. In der Folgezeit wurden weitere Gemeinden in die Kirche aufgenommen. Bereits 1923 traten die reformierten Gemeinden Altona, Zelle und Hannover-Schmünden der Kirche bei. 1927 folgte die reformierte Gemeinde Lübeck und 1937 die reformierten Gemeinden in Rinteln und Möllenbeck, die zuvor zur evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck gehört hatten. Das Gebiet der Landeskirche reichte nunmehr erstmals über die Grenzen der Provinz Hannover hinaus. Obwohl Hannover reformiert zu den sogenannten intakten Landeskirchen während der NS-Zeit zählte, gab es ein heftiges Ringen innerhalb der Kirche um den rechten Kurs gegenüber dem NS-Staat, der von der Masse der Kirchenglieder 1933 begrüßt wurde. Auch traten 1933 viele reformierte Pastoren den nationalsozialistischen deutschen Christen bei. Die meisten verließen diese indes nach der Berliner Sportpalast-Kundgebung der DC im November 1933, auf der das Alte Testament als jüdische Schrift verworfen wurde. In der Folgezeit kam es zu heftigen Auseinandersetzungen innerhalb der Kirche zwischen den Anhängern der DC, dem staatsnahen und beschwichtigenden Kurs der Auricher Kirchenleitung und den Bekenntnispastoren, unter denen Friedrich Middendorf aus Schütthorf, Reinhards mit aus Hameln oder Hermann Stehen aus Holthusen hervorzuheben sind. Erst seit wenigen Jahren werden verstärkt Forschungen zur Haltung der reformierten Kirche zum Nationalsozialismus unternommen, mit teilweise bemerkenswerten neuen Ergebnissen. Ab 1949 infolge des Aufgehens der Provinz Hannover in Niedersachsen und der damaligen Verbreitung der Mitgliedsgemeinden, nannte sich die Landeskirche den neuen Verhältnissen entsprechend evangelisch reformierte Kirche in Nordwestdeutschland. Sie wurde Gründungsmitglied der Evangelischen Kirche in Deutschland. Im Jahr 1951 schloss sich die Stuttgarter reformierte Gemeinde an, die vorher zeitweise zur Evangelischen Landeskirche in Württemberg gehört hatte. In den 1950er Jahren zog die Kirchenleitung wegen der besseren Verkehrsanbindung von Aurich nach Leer um. 1959 gab sich die evangelisch reformierte Kirche in Nordwestdeutschland eine neue Verfassung, die inhaltlich aber im Wesentlichen die alte Verfassung von 1922 bestätigte. 1989 trat die reformierte Kirche Bayerns aus dem Bund evangelisch reformierter Kirchen Deutschlands wieder aus und schloss sich mit der evangelisch reformierten Kirche in Nordwestdeutschland zur evangelisch reformierten Kirche zusammen. Leitungshemter Kirchenpräsidenten Die Gesamtvertretung nach außen lag bei den Kirchenpräsidenten, die zugleich dem Landeskirchentag vorstanden. 1925 bis 1931 Johann Nikolaus Dietzen, Kirchenpräsident 1931 bis 1946 Johannes Theodor Horn, Kirchenpräsident 1946 bis 1953 Friedrich Middendorf, Kirchenpräsident 1953 bis 1965 Wilhelm Buertkamp, Kirchenpräsident 1965 bis 1972 Udo Heinrich Kruse, Kirchenpräsident 1973 bis 1977 Peter Petersen, Kirchenpräsident 1977 bis 1999 Hinnerk Schröder, Kirchenpräsident Ab 1989 Präses der Gesamtsynode General-Superrintendenten bzw. Landessuperrintendenten Die geistliche Leitung der Kirche lag bei den Generalsuperrintendenten, die ab 1925 Landessuperrintendenten hießen 1866 bis 1903 Petrus Georg Bartels, Generalsuperrintendent 1903 bis 1918 Hermann Wilhelm Müller, Gen. Subt 1918 bis 1927 Gerhard Köper, Landessuperrintendent 1927 bis 1951 Walter Holwig, Landessuperrintendent 1951 bis 1963 Walter Herrenbrück, Sen. Landessuperrintendent 1963 bis 1987 Gerhard Nordholt, Landessuperrintendent 1987 bis 1989 Walter Herrenbrück, J. N. Landessuperrintendent in gleicher Funktion weiter bis 2004 für die evangelisch reformierte Kirche in Bayern und Nordwestdeutschland Präsidenten des Landeskirchenrats Die Verwaltungsleitung der Kirche lag bei den Konsistorialpräsidenten, die später Präsidenten des Landeskirchenrats hießen. 1904 bis 1925 Linke Oderhoff, Präsident des Konsistoriums in Aurich 1925 bis 1937 Otto Koopmann, Präsident des Konsistoriums in Aurich 1937 bis 1946 1936 bis 1958 Berthold Focken, Präsident des Landeskirchenrats 1958 bis 1959 Landessuperrintendent Herrenbrück, Sen. Kommissarisch 1959 bis 1969 Hans Garnotten, Präsident des Landeskirchenrats 1969 bis 1989 Willfried Stolz, Präsident des Landeskirchenrats 1989 bis 1994 als Präsident des Synodalrats der evangelisch reformierten Kirche in Bayern und Nordwestdeutschland 1920 bis Later